Wir sind bei der Firma Beckys aus Holland. Wir haben unseren Sitz in Amsterdam. Wir sind Spezialist für Süßwaren aller Art und für Home-and-Suites-Artikel, das heißt Non-Food-Artikel mit Food-Artikeln gemischt. Das ist so der Messerinner. Wie Sie mich wahrscheinlich sehen, nasche ich sehr gerne und auch viel. Und deshalb, das ist auch eine Geschichte, wo man wirklich dann auch dauerhaft macht, weil sonst ist man auch in der Firma falsch, wenn man da nicht Süßigkeiten liebt. Vielen Dank.